Oh, Mann. Äh. Stimmt, ich wollte hier hoch. Willst du da hochklettern? Ja. In den Stiefeln? Ja. Boop. Sie haben einen Kletterhacken aufgenommen. Ah. Wir nähern uns Tomb Raider. Ja. Woop. Okay. Okay, ja. Okay, ja. Okay. Good. Whoa. Um. Oh, 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 oh. Nein, nein, nein. Oh. Oh, Blindfisch. Ey, doch. Ich hab da. Ihr hört's. Ich hab gedrückt. Boah, ich dachte, es geht jetzt schon wieder hinüber. Gott. Ähm, da. Und? Boah. Oh, scheiße. Oh. Oh. Äh, ja. Aber haltet die Augen offen. Na los. Oh. Okay. Stealth-Modus. Wir wissen ja wieder, wie gut der funktioniert. Okay, der ist da. Okay. Glückstrahlende Ende. Weiß hin. Okay. Hä? Was zum? Das hab ich da nicht eingebildet. Wunderbar. Oh oh Wo ist Das wollte ich doch gar nicht Aber ich hab's ja gesagt Stealth Modus klappt ja super Guck, guck Oh komm schon, wirklich Wow 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 Okay Jetzt Slow Motion bitte Da Okay Wie machen wir das jetzt am besten Okay Von da komm ich nach Dann könnte ich Den da Ach du scheiße, auch noch ein dicker Komm ich hier rüber Ähm Ich versuch's mal hier Wow 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 Nicht bewegen Oh Gott, wenn die mich jetzt sehen Dann bin ich voll im Arsch Den könnte ich mir greifen Wow Wow Boah Das war knapp Moment mal Guck, guck Moment mal Der flog der Scheiße BAM Endlich mal ein cooler Move Äh. Haha. Okay. Das mit mir, joh. What? Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Nein, nein, nein. Oh, oh. Och, Mann. Okay. Cooler Vorgehen. Aha. Moment. Okay, da hinten war also ein Sniper. Gut, I'm missing selfie. Wow. Nein, 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 nein. Come, come, boch. Was? Wir schießen da. Ach, die da. Komm, Kopf hoch. Komm, Kopf hoch. Wieso trifft der mich, aber... Aha. So. Jetzt gehörst du mir. Gut. Sonst noch jemand? Nein? Okay. Ah, so. Oh. Ah, ein Sniper. Neun Schuss nur. Naja, da behalte ich lieber die. Ähm... Oh, das ist Munition. Für meine Pistole. Nein, falsche. Wo muss ich eigentlich schlagen? Ähm... Arx? Ähm... Ich bleib lieber bei der. Die Fall... Ein bisschen Munition hier. Gut, gut, gut. Ähm... Ja, grana. Ich sollte mehr Granaten benutzen. Ich sollte mehr Granaten benutzen. Wo muss ich jetzt lang? Äh... Da, da, da. Hier rüber. Oder? Ah ne, hier war ich ja schon. Vielleicht... Hier? Ah, da. Wow. Gut. Gut. Ja, wo lang? Oh, was haben wir denn hier? Was ist das? Keine Ahnung, guck nach. Oh, wieder was zum Lesen. Uh... Yeah. Oh! Oh! Uh... Ah... Das ist zuvor. Ja... Ah... Ah... Schatz! Yeah! Ein Dolch. Also in jedem Spiel findet man irgendwie immer einen Dolch. Ah... Ein Dolch. Okay. Muss ich da jetzt lang? Äh... 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 Doch nicht. Okay... Moment. Wow. Äh... Moment. Ähm... Moment. Von hier komm ich doch. Ah! Okay. Zack Hinweis Okay, den hätte ich zwar jetzt nicht gebraucht, aber Dankeschön Ah ja, immer noch Tag-Demo Jetzt kommt ja Sam Ich hätte dich fast umgepustet Sam Du bist okay Ja, mich hört so schnell nichts um Schön, dass du noch lebst, Brüderchen Na los Auf uns wartet dein Schatz Warte mal, also Was tun wir hier? Was meinst du? Ich meine, unsere Vorräte liegen im Indischen Ozean Tja, dann klauen wir halt was von Nadines Armee Ja, und dann das Wir kämpfen gegen eine Armee Haben uns doch ganz gut gehalten bisher Wir sitzen hier fest mitten im Nirgendwo Wir wollten doch hierher, weißt du noch? Da hatten wir einen Fluchtplan Okay Betracht ziehen, dass Averys Traum vom geheimen Piraten-Utopia geplatzt ist Und wir hier vielleicht einer Fantasie nachjagen Anstatt einen realen Weg zu suchen, um dich zu retten Ich werde diese ganze Insel absuchen, wenn es sein muss Bis ich den Schatz finde Und wenn du nicht weißt Was du hier überhaupt machst Dann geh nach Hause, Nathan Halt, halt, halt Ich soll nach Hause? Soll das ein Witz sein? Hast du eine Vorstellung, was ich riskiert habe für dich? Und was habe ich riskiert? Okay Die letzten 15 Jahre meines Lebens Ach komm, darum geht es doch gar nicht Doch, genau darum geht es Was? Heilige Scheiße Bist du immer noch heim? Mal sehen, was wir noch finden Okay, kann ich hier irgendwas? Nö Außerdem, was für ein Zuhause Eleonate Lemuren King Julian I like to move it, move it Elena hat uns Gewissermaßen rausgeschmissen